Wie wird der Nachbarschaftstreff denn bisher in Burg angenommen? Der Treff hier in Burg wird ganz gut angenommen von den Migranten, aber auch von den Deutschen. Besonders angenommen wird das die Sozialberatung, die immer freitags stattfindet. Und welche Veranstaltungen sind im November und Dezember noch geplant? Im November läuft noch weiterhin unser Lesecafé, wo wir einfach Kindern die Möglichkeit geben wollen, ihre Lesekompetenz zu steigern. Das sind wir montags von 15 bis 17 Uhr, da könnten noch ein paar mehr Kinder kommen. Und im Dezember werden wir genau für dieses Publikum auch nochmal einen Kinderbuchautor hier haben, der aus seinen neuen Büchern liest. Sehr schön, vielen Dank.